Taktische Zeichen sind Symbole von meist militärischen Organisationseinheiten auf Karten, Plänen, Fahrzeugen, Skizzen, Lagekarten zu ihrer einfachen und unverwechselbaren Kennzeichnung. Beim Militär sind die taktischen Zeichen international ähnlich. Auch bei den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also der Polizei und im Zivil- und Katastrophenschutz oder Feuerwehr- und Rettungsdienst, wird ein ähnliches System zur Darstellung von Lagekarten. Einsatzplänen und Stärkemeldungen verwendet Taktische Zeichen sind nicht mit Truppenkennzeichen zu verwechseln. Taktische Zeichen bei der Bundeswehr Im Militär dienen taktische Zeichen zur symbolischen Darstellung von Truppen, Waffen, Fahrzeugen, Befehlen oder Anweisungen in Darstellungen, Plänen und Karten. Innerhalb der NATO sind die Zeichen standardisiert. In der Bundeswehr galt seit 1976 die zentrale Dienstvorschrift ein Elftel taktische Zeichen, wurde aber nach und nach durch die Elite Prozedural Publication App 6 Military Symbols vor Land-based Systems der NATO abgelöst. Seit dem 1. Januar 2015 ist die ZDV ein Elftel endgültig außer Kraft und gilt ausschließlich die App 6, die auf dem Field Manual FM 21 bis 30 Conventional Science, Military Symbols and Abbreviations und den MILSTD 2525 der US-Armee basiert. Taktische Zeichen finden auch Anwendung zur Kenntlichmachung der Truppen, Zugehörigkeit von Fahrzeugen und Geräten. Von einer Reihe von Grundzeichen ausgehend wird durch Zusatzzeichen die Stärke und Spezialisierung des jeweiligen Objektes angegeben. Weitere Angaben an verschiedenen Stellen im Bezug zum Grundzeichen sind möglich. Folgende Grundzeichen und Farben werden für taktische Zeichen verwendet. Das immer mittig über dem Grundzeichen angebrachte Größenordnungszeichen kennzeichnet die Größe des dargestellten Truppenteils in der Truppenteilsystematik. Das Zeichen für Staffel ist nicht NATO-standardisiert und bezeichnet im Heer einen Truppenteil von Gefechtsgeschützluft- und Erdstaffeln. Sie stellt ein verstärktes Zugelement oder eine Gruppierung von Zügen dar, besitzt jedoch keinen Führer mit Disziplinarbefugnis. Die Art des Truppenkörpers wird durch ein Zusatzzeichen dargestellt, welches in das Grundzeichen gezeichnet wird. Beispielsweise eine symbolisierte Panzerkette für eine Panzereinheit oder ein Punkt für Artillerie. Die Kombination von mehreren solcher Zeichen ist ebenfalls möglich, zum Beispiel ein Punkt in der Panzerkette als Zeichen für die Panzerartillerie. Mit Blau oder Schwarz werden eigene Einheiten dargestellt. Dabei stellt, falls beide Farben verwendet werden, Schwarz die Ausgangslage und Blau die Lageentwicklung dar. Feindliche Einheiten werden entweder in Rot oder Schwarz mit dem Zusatz CNY gezeichnet. Eigener Atomwaffeneinsatz bzw. feindlicher ABC-Waffeneinsatz wird gelb gekennzeichnet. Eigene und feindliche Sperren, Zerstörungen und Lähmungen werden entweder in Grün oder wie auch bei feindlichen Einheiten in Schwarz mit dem Zusatz CNY dargestellt. Beispiele Beispiele Truppenteile Beispiele Waffen und Fahrzeuge Beispiele für Kombinationen Beispiel für Einsatzpläne Die Zeichen für Truppenteile, Stäbe und Einrichtungen werden stets parallel zu den Gitterlinien gezeichnet. Stellungen, Führungslinien USW, werden nach ihrer tatsächlichen Lage im Gelände gezeichnet. Geplante Stellungen und Bewegungen sind gestrichelt. Taktische Zeichen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland In Deutschland war die erste verbindliche Festlegung taktischer Zeichen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes die Dienstvorschrift des Luftschutzhilfsdienstes LSH DDV 11 – Taktische Zeichen im Zivilschutz von 1968 Sie beruhte größtenteils auf der ZDV ein Elftel der Bundeswehr. Für den Bundesgrenzschutz galt bereits seit 1961 die GDV 215 – Taktische Zeichen für den Bundesgrenzschutz. Die 1969 abgelöst wurde durch die ebenfalls nur für den BGS gültige Polizeidienstvorschrift PDV 102. 1978 wurden sowohl die LSH DDV 11 als auch die PDV 102 abgelöst durch die Polizeidienstvorschrift Dienstvorschrift PDV-DV 102 – Taktische Zeichen. Für die Feuerwehren wurde ein Jahr später die auf der PDV-DV 102 basierende DIN-Norm 14.034 Teil 1 – Grafische Symbole für das Feuerwehrwesen, Einheiten, Fahrzeuge, Einrichtungen erstellt. Die PDV-DV 102 wurde 1986 durch eine neue Version aktualisiert, die insbesondere für den Bereich des Katastrophenschutzes wesentliche Erweiterungen enthielt. Diese einheitliche Vorschrift für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben war bis zum 9. Februar 1995 gültig. Seitdem gilt für den Bereich der Polizei wieder eine eigene PDV 102. Die am Katastrophenschutz beteiligten Organisationen hielten sich nach 1995 weiterhin weitestgehend an die bisherige PDV-DV 102. Seit 2003 liegt von der Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz ein Entwurf für eine organisationsübergreifende DV 102 für den Bereich des Katastrophenschutzes vor. Diese wurde vom Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst bereits Organisation Sinten übernommen. Taktische Zeichen werden bei der Polizei und im Katastrophenschutz zur Darstellung von Lagekarten, Einsatzplänen und Stärkemeldungen verwendet. Führungsfahrzeuge können zum Beispiel auch mit einer beschreibbaren Magnettafel ausgestattet sein, auf denen mit Hilfe von vorgefertigten magnetischen Zeichen und abwischbaren Stiften eine ständig aktualisierbare Lagekarte geführt werden kann. Die von der Polizei und im Katastrophenschutz verwendeten taktischen Zeichen ähneln im Aufbau den oben beschriebenen im militärischen Bereich. Verwendeten Zeichen Sie bestehen aus einem Grundzeichen und einem Größenordnungszeichen über dem Grundzeichen. Einem oder mehreren Zusatzzeichen im Grundzeichen zur Angabe des Fachdienstes. Schriftlichen Angaben rechts neben dem Grundzeichen zur Angabe der Herkunft und Bezeichnung der Einheit. Zahlenmäßigen Angaben unter dem Grundzeichen zur Angabe der Stärke. Zeitangaben links neben dem Grundzeichen. Einer Grundfarbe zur Kennzeichnung der Organisationszugehörigkeit. Die meisten Grundzeichen sind identisch mit den im militärischen Bereich verwendeten Grundzeichen. Einige Beispiele für Grundzeichen bei der Polizei und im Katastrophenschutz sind Größenordnungszeichen werden über das Grundzeichen gezeichnet und geben die Stärke einer Einheit an. Zusatzzeichen im Grundzeichen kennzeichnen die Zugehörigkeit einer Einheit einer Person oder eines Fahrzeugs zu einem Fachdienst. Sie werden im Allgemeinen so gezeichnet, dass sie das Grundzeichen an seinen Rändern berühren. Beispiele für Fachdienstzeichen. Punkt, 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 Punkt. Fachgruppen des THW werden durch Buchstabenkürzel dargestellt. Zum Beispiel W ist gleich Wassergefahren. BRB ist gleich Brückenbau. FK ist gleich Führung und Kommunikation. Führungskräfte. Punkt, Punkt, Führungskräfte von Einheiten werden durch das Grundzeichen für Personen mit dem entsprechenden Fachdienstzeichen und dem Größenordnungszeichen der entsprechenden Einheit dargestellt. Bei Führern einer Einheit wird zusätzlich die obere Spitze der Raute ausgemalt. Der Einsatzleiter wird durch das Personenzeichen mit ausgemalter Spitze und der Angabe L im Zeichen dargestellt. Der leitende Notarzt analog dazu durch den Zusatz LNA im Personenzeichen mit ausgemalter Spitze. Die Zugehörigkeit einer Einheit, Person oder eines Fahrzeugs kann entweder schriftlich rechts neben dem Grundzeichen oder durch die Grundfarbe des Zeichens angegeben werden. Dabei gilt folgende Farbzuordnung. Beispiele. Die Einsatzeinheit besteht aus 33 Einsatzkräften und hat damit Zugstärke. Des Weiteren gehören der ENRW noch ein Führungstrupp und ein Trupp Technik und Sicherheit an, die im taktischen Zeichen keine gesonderte Erwähnung finden.